So möge der Imperium-Ausbau weitergehen. Was soll man sonst dazu sagen? Holt eure Knüppel, Männer. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ich glaube, ich möchte die zwei weg haben. Nur bis da vorne, dass die halt die... ...die Agenten etc. wegschicken, wenn die da stehen. Und eigentlich muss die ganze Zeit auch keiner hier unten stehen. Ist ja eh keiner da. Ich werde gefragt, wie es mir geht. Toll. Jeder Tag meines Lebens ist ein Traum. Wenn ich sehe, wie die Vögel draußen fliegen... ...und der Mops in die Wiese kackt... ...muss ich sagen, dass der Tag ein schöner Tag ist. A Scheme has succeeded. Nee, mir geht's gut. Warum soll's mir schlecht gehen? Guten Menschen geht's doch immer schlecht oder umgekehrt. Und wenn's mir gut geht, bedeutet, dass ich bin ein schlechter Mensch. Du misst den Tag an der Darmbewegung deines Hundes. Also wenn er nicht kacken würde meinen Tag, würde ich mir Sorgen machen. Und es ist immer noch bessere Wissenschaft als Tarotkarten legen. Oder die Zukunft an der Bewegung der Sterne ausmachen. Wenn ich irgendwie die Zukunft auf der Scheiße meines Hundes lese. Oh, die Karten sagen... ...dass dir der Penis heute abfällt. Lüge, das stimmt... Oh, Entschuldigung. Sie haben recht. Die Bild der Frau sieht das anders. Was für ein Sternzeichen bist du? Nee, das geht gar nicht. Wir können leider niemals ein Paar werden. Du bist das falsche Sternzeichen. Äh, okay. Und du benutzt so wenig von deinem Gehirn. Deshalb können wir wahrscheinlich auch kein Paar sein. Weil mein Heilkristall hat mich gewarnt vor dir. Vor Frauen wie dir. A Scheme has succeeded. A Scheme has succeeded. A criminal network has too much heat and has rocked down. Komm, Spears, drück dir die Zeit drauf. Entschuldigung. Nee, warum sollte auch eine vernünftige Mission kommen? Wenn ich Fehler mache, müsste er darauf hinweisen. Weil irgendwie mein Kopf dröhnt. Und das macht mich fehleranfällig. Wobei, nimm den auch von der Wand weg. Dann kommst du auch da oben hin. Verdammt. A Scheme has succeeded. Und das macht es 힘들. Moment, du kannst noch einen weiter zur Seite, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir machen mal kurz Pause. 108 Energie, die ich nicht habe. Noch nicht. Ich werde noch ein bisschen einstampfen hier. Ich will ja weg von den anderen, also ich will ja eine große Sendestation haben und nicht den ganzen Kleinkram hier. Ich überlege gerade, was für ein T-Shirt ich anhabe. Ob ich mein Pullover einfach ausziehen kann. Oder ob ich dann irgendwelche Leute beleidige durch mein T-Shirt. Ich habe gar keine T-Shirts mit doofen Sprüchen. Außer ihr seid... Der Imperator Stripped wäre schon geil, ne? Mir wurde auch gesagt, ich soll einen HotTube-Stream machen in einem Whirlpool. Ach, das wäre was. Und für jeden Sub rückt die Zeit, wo ich aus dem Pool steige, näher. Wir machen den genau andersrum als bei Frauen. Ich muss meine Badewanne nicht nehmen. Ich würde einen Kollegen fragen, der hat einen Whirlpool bei sich. Wenn er zuschaut... Jens, meld dich doch mal darauf. Jens, meld dich doch mal darauf. Das bedeutet, ich bin komplett bewaffnet. Übrigens, das Wasser kriege ich nicht so gut zum Blubbern wie in einem wundervollen Whirlpool. Ja, das ist ein Blubbern. Du hast, oder jemanden, ein Blubbern hier geöffnet? Nein, Bade. Das Blubbern hat sich selbst dort geöffnet. Wundervolst du etwas über wie die Geist wird heute geöffnet. Das ist nicht so wundervoll. Ich werde diese Blubbern komplett normalen Blubbern. Mit violence! Ja, er ist wieder da. Mein Gott, er tötet wirklich mit einem Schuss. Ich hab ihn dann einen Aufmerksamke, um so zu sehen. Ich kann ihn nicht hören. So, er ist da. Hammer, wer ist der Kerl? Da ist Daniel, Sir Daniel. Ein Großwildjäger, der ein Unterweltboss ist. Den kannst du auch rekrutieren am Ende und ich will den gern haben. So, er ist ein Unterweltboss. Ah, Moment mal. Hatte ich nicht zwischendurch. So, das Ding habe ich ja gebaut. Die beiden Sachen habe ich auch. Ne, Videospiele habe ich auch. Ich habe gar nichts Neues, wo ich irgendwie noch eine Schergenfähigkeit verbessern kann. Und zuletzt war die Forschung fertig, hatte ich aber nicht genug Geld, um was Neues zu erforschen. Weil ich die Zentrifugen gebaut habe, um die verbesserte Sicherheitszentrale als nächstes zu machen. Die Zentrifugen haben ja erstmal 100.000 gekostet. So, das ist jetzt noch ein Neues, dass das eine Schergenheit ist. Oh, nein. So, das ist das so. Ich möchte den Raum lieber hier drüben haben. Da habe ich mehr Potenzial für Platz. Kann ich mal einen schönen Dode noch in die Ecke stellen. Meine weltlichen Errungenschaften. Mein Lieblingsbär. Ich möchte den Raum lieber hier drüben. Mein alten Raketenwerfer. Aber das sind ja alles Sachen, die eh umsonst sind. Oh meine Kralle von früher. Ich habe keine Ahnung, was da drin jetzt 36.000 kostet. Habe ich den Tisch nicht rüber bewegt? Oder habe ich den gelöscht? Ist doch egal. Dann investiere ich halt ein bisschen Geld. Genau, direkt los damit. Findet Sir Daniel Schwäche heraus. 20 Berichte, 25.000. Ich weiß was, eigentlich fehlt ein Dauerauftrag mit Dienern. Obwohl, dann wird das Konzept kaputt gemacht. Weil du musst eigentlich so häufig hier drauf gehen. Und irgendwelche Missionen machen. Aber du lässt sie einfach die ganze Zeit kommen. Und sagst drauf geschissen. So, das Network geht down. Weil die PR-Menschheit kriege ich nicht mehr rechtzeitig da hoch. Allein schon wegen Helikoptern. Ah. Research has resumed. Wobei man sagen muss, je höher das Netzwerk, desto länger die Abbaumission, desto entspannter das Management. Kommt auch drauf an, was für Missionen du in dem Network machst, ne? Und Wissen ist macht, du musst einen Weg finden. Moment, ich weiß doch noch gar nichts. Oder doch? Ja, die haben die Mission gemacht. Achso, der hat Angst vor Killer-Beanen. Das finde ich jetzt nicht so eine unnatürliche Angst. A criminal network has too much heat and has rocked down. Ich habe auch Angst vor Killer-Beanen. Something is wrong with either the Minions or the training room, Boss. Ja, guck doch mal, wie viel wir gemeinsam haben. Ja, guck doch mal, wie viel wir gemeinsam haben. Gute Nacht, Hund. Ja, top. Und wo? Ach, hier vorne. Aber nur mit nem... Ja. Mit durchschnittlicher Kompetenzagenten. Dimm-dü-dü-dimm. Ich finde es, dass es flirten, wenn man über sowas redet. Du willst bestimmt, dass ich die Killer-Bienen-Falle mache, ne? Die muss ich auch erst erforschen dann. Mach das weg. Oder ich gucke noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was deine Idee ist. Entweder guck noch ein bisschen oder geh ins Bett. Es hat sich gegründet. Ein Netzwerk kriminell hat zu viel Hecht und hat Lockdown. Nein, das sind keine Haie mit Lasern, das ist einfach nur ein Haifischbecken, in das die Gegner reintauchen. Das bringt mir alles noch nichts. Boah, der Typ lässt doch überall seine dämliche Tarnung, ne, stehen. Das bedeutet nicht, dass der gerade hier rumläuft, oder? Dass der hier die Büsche stehen lässt. Wobei, eigentlich müsste ich das Büro woanders doch woanders hinstellen. In der Nähe von, also näher an Havok. Alter Schwede. Da kommt einer so eine kacke Idee, dass ein Feind, ein Unterweltboss, Toppflanzen stehen lässt. Ja, ich würde ja auch gern mehr Pflanzen haben jetzt. Also nicht immer an der Basis, aber generell für den Sommer. Der dürfte gern durch mein Haus gehen. Ja, aber dann kommst du, du stehst morgens auf, total müde, Schlafsand noch in Augen und stolperst überall durch die Dinger da. Mal als klassenspezifische Trainingsräume. Ups. Weil soll ich auch dann den richtigen, haha, das richtige Ding hier nehmen. Äh, das hat man davon, dass man den Raum nur einmal gebaut hat. Äh, übrigens, Spielsachen vom Hund immer weglegen wieder. Da macht's dem Hund auch mehr Spaß, wenn er die Sachen, also wenn man die Sachen rausholt. Immer Zugriff drauf haben kann ja jeder. Über Einzelteile seiner Stofftiere kann man auch nicht fallen. Äh, übrigens, Spielsachen vom Hund. Müsste ich das hier gerade machen? Also muss ich das gerade machen? Nö. Ich will's aber. Und wobei ich jetzt schon merke, verdammt, der Platz könnte vielleicht doch ein bisschen eng sein. Müsste ich das hier gerade machen? Gute Nacht, Hunde Hose. Guck mir die Sachen morgen an, versprochen. Also, wie du magst. Keiner wird hier gezwungen, die Sachen zu gucken, glaub ich. Du, 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 du. Da ist die Kinder in Yordepau's Keller. Die müssen den ganzen Tag Doktor Proof gucken. Da ist die Kinder in Yordepau's Keller. Da ist die Kinder in Yordepau's Keller. Da ist die Kinder in Yordepau's Keller. Die Kinder in Yordepau's Keller. Da ist die Kinder in Yordepau's Keller. Das ist die Kinder in Yordepau's Keller. Danke Desperate für das Stufe 1 Abo, vielen Dank Und eine gute Nacht, glaube ich oder auch nicht, ich weiß nicht, ob du jetzt auch gegangen bist oder ob du nur der anderen Person Schiss gesagt hast Ach, du wolltest nur zur Hundehose nett sein So, dann bald mal um Ja, ja, alles cool. Mehr Geld. Da ist noch viel Potenzial für noch mehr Sendeleistung. Ein Schema hat erzielt. Die Forschung hat erzielt. Wie kann das sein, dass die Forschung stoppt? Ach so, weil ich Biologen in Missionen geschickt habe, ne? Aber selbst wenn, sind immer noch neun andere Biologen, die forschen könnten. Hm. Training has stalled. Research has resumed. A criminal network has been upgraded. Ich bin mal jetzt erstmal weg. Das braucht keiner. Du, 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 du. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. A criminal network has been upgraded. Wenn kurz meine Lunge teeren. Rauchen ist wirklich schlecht. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Training has stalled. Und jetzt weitermachen. A criminal network has been upgraded. Ne, da hockt hier. Die Gurke. Dann verhindert er den Krieg. Äh. Research has been paused. Hier könnt ihr gerne die PR Manager hinschicken. Was sagt denn so die Statistik? Was sagt denn so die Statistik? Dass mein passives Einkommen natürlich steigt, weil ich jetzt ein paar mehr Level-3-Netzwerke habe. Research has resumed. Äh, ja. Mit den neuen Umgebungen sollte ich vielleicht noch mehr haben von den PR Managern. Und keiner was mit meinen Partylöwen passiert. Weil da habe ich gar nicht gesehen, dass die für viele Missionen benötigt werden. Die Heat at the criminal network has attracted the forces of justice. Die, 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 die. Die, 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 die. Oh. Ich habe gleich wieder ein Gold-Einlagerungs-Problem. Ach, die Partylöwe brauche ich, um den Krieg zu verhindern. Da werden die benötigt. Was ist passiert mit den Minionen oder dem Training-Room-Boss? Training hat er verhindert. Es gibt kein Gold-Einlagerungs-Problem, nur ein Gold-Ausgeb-Problem. Es gibt generell ein Problem. Das ist die, die, die Flos-Probleme in die Welt zu verhindern. Es wird auch die Flos-Problem. Das ist die Flos-Problem. In der Flos-Problem. Das ist eine Flos-Problem. Die Flos-Probleme hat erneut. Schickt die ruhig alle da runter. Re-search has resumed. Training resumed. A scheme has succeeded. Ich hab vorhin gesagt, ich schaff das schon heute früh zu schlafen. Hallo, die Leiste ist voll. Ich möchte meine Forschung haben. Damit ich Killerbienen erforschen kann und Geld ausgeben kann. Der Forschungsraum ist groß, weil da fehlen noch Sachen. Also ich hab den Forschungsraum zwischendurch ein bisschen kaputt gemacht. Und hier fehlen noch einige Forschungseinrichtungen. Dafür können wir übrigens eben das Geld ausgeben. Weil die einfach kaputt gegangen sind. Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen. Schergen können damit Überwachungskameras beobachten und Schergen alarmieren, die an Wächterstationen stationiert sind. Mehr Bildschirme bedeuten mehr Kameras. Achso. Ich dachte mehr Bildschirme bedeuten mehr Ablenkung. Ne, da ist K.O. Gas. Hier, Killerbeam. Vor lauter Angriffen auf deine Gegner haben sie keine Zeit zur Honigproduktion. Schade. Research has begun. A criminal network has too much heat and has lockdown. Naja, es wurde zerstört von John Steele. Also eigentlich die Forschungsabteilung zerstört einmal komplett. Und ich hab sie noch nicht komplett wieder aufgebaut, weil das halt auch viel Geld kostet. Das muss ich noch sagen. So viele, also so eng baue ich gar nicht. Ich baue normal eng. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich baue so viele Generatoren, weil ich die Energie benötige. Man kann nie genug Energie haben, außer Fusionsreaktoren explodieren. Dann sollte man es vielleicht nochmal überdenken. Siehste? Aber da habe ich ja direkt gegengesteuert. Aber die Forschungsanlagen kosten auch viel Saft. Oh, ich hatte ja schon drei. Dann brauche ich den letzten hier hinten nicht. Mehr als dreienfalls so schnelle Forschung, finde ich, braucht man nicht. Die sind eh nicht durchgehend besetzt, ja. Die Position, also wozu? Ja. 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 Die, die, die. Hier kommen die Forscher rein. Wozu ja auch die Techniker gehören. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Platz, weil ich weiß, es kommt noch eine weitere Forschungsklasse. So, die Tür mal hier auf Stufe 1 stellen, damit die da schneller durchkommen, weil es ja nur ein Trainingsbereich. Guten Morgen, Kistenkalle. Oder gute Nacht. Guten Abend. Machen wir erstmal den Break. Nächstes Mal bauen wir dann die Killerbienen. Also ich meine, mit morgen dann das nächste Mal, wenn die YouTube-Folge ist. Im Stream sind wir ja immer weiter.